So, ich habe jetzt gerade mal so ein Kamerahalterungsrahmen an mein Handy angeklemmt. So, circa, weiß ich nicht, 25 breit, 10, 15 hoch, wo man Mikro und Scheinwerfer und so einen Quatsch dran klemmen kann. Und angeblich soll man damit ja besser filmen können, auch wenn man Dateregeln hat, so wie ich. Was ihr mir ja immer sagt im Video, ja, habt ihr auch recht. Ich habe einen Dateregeln, kann ich aber leider nichts daran ändern. Ja, und wenn man dann noch geht, dann wird es sogar noch schlimmer. Ich bin jetzt gerade mal wieder hier bei mir in Waltraub am Dattelham-Kanal, Höhe-Kanal-Straße. Musik von rechts, dann machen sie Party am Kanal. Links sind sie am Angeln, Kollege. Oder er versucht es zumindest. Da hinten kommt gerade ein guter Zug. Schön, da ist auch ein bisschen was. Flache Waggons. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das was wird hier mit meinem Video. Und ich dachte mal, ja, okay, zum Testen müsste er das leider ertragen. Oder scrollt weiter, bisschen hollerte. Alles Gute. Alles Liebe. Mal weg vom Kanal, wieder wo immer die Sonne scheint. Kennt ihr ja, ne? Bis dann, bye bye.